Wir sind jetzt endlich mal wieder live. Wir sind endlich wieder live. Yay. Oh Gott. Was nimmst du schon auf? Ja, nehm ich. Jetzt erst auf. Ich dachte, du treust mich doch. Ne, ich treu dich nicht. Okay, so jetzt nehm ich auch auf. Das ist sau geil, auf der Tastatur wird das nämlich angezeigt. Hä, was? Ja, ich hab die GE19 und da hab ich dann so ne Linie, wo die ganze Zeit steht wie viel FOS. So ne Linie? Du hast ne Linie. Und wie viele Jobs ich hab und so. Alles klar. Ja, ich bin halt erstmal nicht bei dir im Squad. Im Team erstmal nicht, mein Gott. Boah, komm, wir machen den eigenen auf. Kommen wir grad in Delta. Ich bin im gar keinen Squad, warte mal kurz. Oh, jetzt erstmal warm spielen. So, erstmal schön hier die Wumme nehmen. Ne, so drück ich eigentlich immer E. So, Moment. Squad war's Delta war's, ne? Ne. Hä? Nicht cold. Ach, du bist, du bist, ähm. Ach, ich bin der Gegner? Ja. Bist du. Ja. Ist cool. Ähm. Muss mich jetzt erstmal warm spielen. Glaub ich, ich mach das erstmal Video aus, spiel mich ne Runde warm und danach. Können nachher so Runde Metro zocken. Ne, Metro kennt jeder. Schade. Aber dann kann ich das jetzt 70 zu 19 Stats machen. Weißt du, so Stats die wenigstens was bringen. Ja, warte mal, ich muss mal hier grad ne andere Piste nehmen. Ich hab mich grad richtig verkackt. Ich dachte nur, ich war kackt. Mann, hab ich Glück gehabt. Ne. Das Problem ist, bei mir sieht man es ja richtig, bei dir ja nicht. Ey, wieso kann ich denn das Team nicht wechseln? Hm, ausgeglichen. Oh, Ipi. Verfickter Wund, aber. Geil, die Map wackelt ja wirklich durchs App eben. Ist ja mega cool gemacht. Ey, aber ist jetzt auch irgendwas zusammengestürzt? Ne, die wackelt nur. Das ist ja eigentlich immer richtig geil, wenn da durch die Map nochmal kaputt geht. Aha. Das ist ja richtig schwul. Ey, ich würde halt mal gerne mal alternativ ne andere Waffe finden. Oh, jawoll. Oh ja, her damit. Wenn die scheiße ist. Ich glaub, die MK3A1. Wirklich schwulste Waffe, die es gibt. Ja, aber es ist halt immer vorteilhaft, eine zu haben. Und ich müsste jetzt mal langsam hier killen. Oh, das ist ja schon mal viel besser. Das ist doch was für echte Waffe wieder. Und ich schmodder hier jeden rum. Irgendwie sobald die Kamera aus ist, ne? Erstmal, erst mal drei mal killen. Ah, ich müsste vielleicht noch die andere Kamera anmachen. Meinst du, wo man dich sieht? Ja, genau, wo man mich sieht, mein hässliches Face. Hey, wie kann man das bei dir mit dem Fraps auch aufnehmen? Ne, ich hab ne GoPro-Camp halt nebenbei laufen. Am besten das nächste Mal setz ich mir dann so Battlefield echt einfach noch meinen Snowboard-Helm auf. Und mach dann einfach dieses Gestell von der GoPro mit dran. Ja, 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 genau. Sodass man direkt so ein Facepalm hat, wirst du, so reaktionsmäßig. Ich muss sich da überlegen, wie ich erstmal Sound dann höre, aber... Oh, fuck, ich hab Facebook nicht ausgemacht. Du hast Facebook nicht ausgemacht. Oh mein Gott, ich hab dich getötet, Schlampe. Hast du mich? Wohnsohn. Ja. Du, du warst der Penner, der auf dem Boden lag, oder? Ja. Oh, Gott. Ey, Movement haben sie auch noch nicht gefixt, richtig. Scheiße, ey. Ja, wieso? Weil du manchmal einfach so in der Luft irgendwo hochklettern willst. Ey, na ja, aber das heißt irgendwo. Oh mein Gott, wieso macht man auch eine AIK? Ach, scheiße. Ich brauch eine andere Piste, ey. Gucken wir mal ein. Was nehme ich denn, was nehme ich denn? Was war denn damals gut? Womit habe ich denn am meisten gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich nehme mal 1911. Okay, jetzt zieht es aber richtig auf. 5% 7 Schuss. Was wird Gratze machen? Unberechenbarer Gratze. Was du laberst. Ja, 7% und 7 Schuss. Ich kann leider weder noch mit irgendwas was machen. Wir könnten Celestos fragen, ob er mitspielen will. Dafür sind wir doch viel zu schlecht geworden. Hä? Ich habe gesagt, wir sind doch für Celestos viel zu schlecht geworden. Ja, überhaupt nicht. Ich habe mich im letzten Test gespielt. Vor zwei Tagen. Ach, das ist aber doch nicht so im Bau, oder was? Ja? Hat er nicht irgendwie übelst den Capter gewonnen? Nein, nein. Sein Team hat den Cap gewonnen. Er hat das auch gar nicht mitgespielt. Ach so! Ja, ich würde uns das auch nochmal klarstellen, wie das jetzt überhaupt abgelaufen ist. Boah, die campten da drinne. Also deine blöden Bastarde. Ist doch nicht. Alter, warum schießt der auf mich? Hm. Warum schießt der auf mich? Ich schießt auf meine eigene Mates. Ich bin natürlich auch so stark. Ich habe eine MK11-Mod mit Schalldämpfer und Grimm. Oh nein. Boah, Alter Schwede, war das knapp. Das kam aber echt krass unerwartet, muss ich sagen. Ja, ich bin einfach mal durchgerannt. Jetzt habe ich eine Level 3 Waffe. Ich glaube, Level 3 Waffe heißt einfach nur, dass da drei Sachen drauf sind. Weißt du? Ich habe es noch nicht richtig rausgefunden. Doch, doch. Also zumindest irgendwie bei... Ja, und jetzt wackelt alles. Kann man da jetzt auch irgendwie durchsterben oder so? Durch herausfallende Teile ist ja mal geil. Oh mein Gott. Bombt. Bombt. Der erste Dominating on a 5-Killing-Street. Ja. Was soll ich da losbauen? Ich habe keine Munition mehr gleich. Ich habe noch 8 Schuss in der Scheiß-Rummer. Echt? Also ich höre dich gerade von Granaten. Ach, kommt schon. Vor allem auf den Servern rennen immer die Spaß mit ihrer G18 rum und freuen sich. Ach, Mok. Ach, Mok. Ach so, von mir da kommen. Warte, hab ich da doch irgendwann mit der Pumpe-Löchern wollen. Okay. Komm. Oh, ich werde der Flakke spawnen. Was ist das, Junge? Ach, Mann. Ich weiß, ich habe die komische MK. Ach, nein. Wolle nicht nur unter Metro spielen. Nein! Verdammt! Ja, Epic Spawn ist Epic Epic Spawn ist Epic, aha Ich bin direkt hinterher von einem Gig, also er war hinter mir So, gespawnt und dann hat er mich erstmal totgeschossen Du kannst natürlich recht haben, also ich hab jetzt hier gerade bei so einer Level 2 Waffe Red Dot gehabt und was war's noch? Achja, Racer, nicht hier Soll ich mich auch aufnehmen, mich in meinen Hyperface? Versuch's halt Ist auch kacke TwitchTV hat meine Videos gelöscht, weil ich hatte ein LOL Match, wo ich mit meinem MM-T-Shirt am PC saß Und mit der Kamera mich gewillt hab, aber das haben wir leider verloren, aber knapp Achja, dieses wunderbare Loi-Team Hä, das war ein Fun-Team Das war eigentlich nur Free-For- Ne, das wunderbare LOL-Team, das hatte ich nie Achso, hat sich so angehört, von wegen, ja, LOL Wir machen jetzt einen übelst auf LOL Ja, ne, ich hab übelst auf LOL gespielt, aber der einzig gute war nur der Fischkopfman Keine Ahnung Doch, der hat ein gutes Team, aber ich... Ne, ich war immer Terry Bad, das war eigentlich schon klar, als ich die Kamera angemacht hab, dass das nix hier Ah, so macht man das also Boah, ich hab hier Ewigkeiten die ganzen Aufträge gar nicht gemacht, das ist ja... Ne, egal Ich auch nicht, mir fehlen 30 Stück 29 Na, ich weiß es jetzt grad gar nicht, hab nicht richtig geguckt Auf jeden Fall die Armbrust gleich haben, dann können wir schön Conquest zocken Oh, Psycho hat morgen seine Sezierprüfung Oh, Frosch sezieren, yeah Sascha Daniel hat deine Link geteilt Gib mir die Waffe, gib mir die Waffe, ja Sniper Ey, wollen wir jetzt auch vielleicht mal ein Team? Keine Ahnung, also, würd ich ja gerne, aber wir sind halt... Äh, blöderweise Ui, Tragäie Neh, ich hab dich nicht gehittet, richtig Ah, sehr wohl noch Warte mal kurz Oh, 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 what the fuck Oh Gott Ach, das warst doch noch du, oder? Das gibt's nicht, ey, ich hab dich nicht gehittet, richtig Na, schade eigentlich, haha Hehehe Nein Hä wie, gibt's jetzt hier auch noch Erdbeben, ey, ne? Kurz schon wieder, ich spawn und um mich rum stehen zwei Gegner mit ner Waffe, ey, was ist denn das? Das ist, also der Spawn da fällt so ein bisschen hart wie bei TLM Äh, ja, das hab ich auch teilweise schon gelesen Dass es manchmal ein bisschen komisch ist Hier, diesmal konstruktive Kritik von mir Und genau, bitch please Objektiv bacon, ey please, objektiv bacon Aufwack Auf, ach, ach man ey, schmuchtel Oh, na weg Ah ne, warte, das war nicht TDM, das war der komische, ähm, Dingens Mode, den es auch schon gab bei Close Quarters Na, der was? Bei Close Quarters gab's doch auch so'n Mode, wo man immer random gespawnt ist Nein, meine Mully's leer, ich merk's noch nicht mal, boah Ja, das ist halt auch geil Ja, daran muss er sich gewöhnen, nicht sein Es muss ja auch irgendwo, ähm, Munitionskissen geben Ah, ich bin's ja noch nicht gesehen Ja, ähm, in, warte, hier auf der Map in dem fetten Tor in der Mitte Ja, bei B, na? Bei B Okay Ah, komm ich hier noch ein paar Punkte ab Alter, hier gibt's aber voll die, sicke Waffe Ja, die ist aber zufällig, ne, die ist ja nicht immer Hä, ich mein jetzt eigentlich die, äh, M4 Nordic Oh ja, ULTRA SICK BÄM Ja, ich hab hier ja ein Achtung gemacht Weil, wenn du dich ins mittlere Gebäude reincampst bei B Ja Also auf die zweite Etage Dann kommen nämlich alle Idioten reingelaufen und rallen's nicht Und du kannst dir halt einfach voll Ja, ich hab gestern, das war ja gestern hier die einzige Map, die ich gezockt hab Ja, ich hab gestern, das war ja gestern hier die einzige Map, die ich gezockt hab Du kannst dich da richtig schön nach ganz oben vercampen Das ist dann böse Wollte ich auch Ich hab mir Ah Das ist natürlich ein bisschen Ach man ey Ah scheiße Dann pump auf die Entfernung Das bleibt genug in der Humme Oh, jetzt bin ich schon wieder im richtig behinderten Schwuchtel-Team Oh, leck Aber der Celestus, der spielt halt irgendwie nur Ah, der hat jetzt, ähm, 100 Service Stars auf alle Erden Nein Der ist so krank Ich mein, es gibt ja nicht so viele Ja, trotzdem, zack das erst mal Den Heli und den Scout Das heißt nicht so, als würde das nicht ein paar Stunden dauern Ah, er studiert ja jetzt, ne? Ja Hat er genug Zeit? Wie kann man grad sagen? Ja, wie hat er jetzt? Auch wenn man sich da noch fragen sollte, wie er das geschafft hat Ähm, das war nicht so gut, glaub ich Ach, hinter mir, scheiße Ach, das war nicht so gut, ne? Ohhhh Celestus, wenn du das hörst Ohhhh Ähm, ja M9 Ich brauche aber die normale M9 Ich irgendwie blind? Ähm Okay Bei mir gibt's gleich Ach egal, das kann ich auch machen Und dir gibt's gleich? Essen, aber ich kann ja auch beim Zocken essen So machen ist ja die Richtigen der Jawohl, ich hab ne DAUT, ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab' den O5 Ich hab' den O5 Ich hab' den O5 Oh fuck Oh fuck Oh fuck Na, fuck Weiße, die Pump ist echt nicht meins ich bin ja mit einer anderen waffe ich bin ja mit einer richtigen Spammer Pistol mit der G7 ich nehme hier gerade wie so ein Toastbrot also gar nicht ich habe das Helm gerne mal nachgebildet oh ich habe eine Armbrust mit weiß ich nicht so richtig was man pissen boah wieder lag das gibt es nicht wow hä ey cool ich bin durch die Map geflogen so könnte ich jetzt mal bitte eine ordentliche Wummel kriegen und ich dieses blöde gepampe hi let's aim man so nett oh die Ambrust leider noch so ultra lange nach los lass mich da jetzt hoch ist das ja weggefickt was stoppst denn du nicht oh jetzt spawnen die da natürlich alle bei dem oh mein gott n 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 oh n n n n n n n Ist ja auch egal. Eigentlich ist es überbewertet. Meinst du? Meinst du, ja. Bin ich davon überzeugt. Was mach? Und solange ich damit recht komme. Ach, gib mir doch mal ne scheiße Waffe. Boah, fuck, ich kann die anderen für dich. Volle Bulle. Ja, G3-A3 killt mich. Scheiße. Ja, wie komme ich denn da rüber zur G36? Muss ich da jetzt ein Noob? Oh mein Gott. Ist das die Waffe, die ich denke, dass es ist? Eine G36. Hat sich dafür der mörderische Sprung gelohnt. Auf jeden Fall bin ich jetzt fast gestorben im Nudersprung. Ganz einshaft, ich würde die Map jetzt hier nicht verlieren. Das ist die Waffe. Ach, wieso kriegt den... Ach, von da oben. Na, klasse. Ach, blöden B-Camper. Oh Leute, jetzt sind halt nicht alle auf B. Nein, meine Waffe geht leer. Why? No, 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 why? Wir müssen den Kanal aber mal ein bisschen pushen unseren YouTube-Kanal. Ja, schon vor der Boy. Ah! Nein, was? Oh mein Gott. Oh! Das gibt's nicht. Jetzt renne ich da schon extra hoch und denk mir, ich krieg den, aber nein. Ey, ich will die scheiß Map jetzt hier nicht verlieren, ich will jetzt eigentlich danach Conquest zocken. Boah, er ist ja ne Wumme. Oh, toll, ich sehe da so ne Drecksbumme. Können schon im Brauch. Weißt du was? Oh, das ist doch ein schöner... Nein! Und dann nehmen wir die Wumme weg. Nein! 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 Oh, sehr schön, wir gewinnen ja doch noch irgendwie. Nein! Nein! Oh, schwuchteln, Alter! Nein! Oh, was? Learn to play. Oh, solche... Solche Schwesten, ey. So, dann werd ich mal sagen, wechseln wir jetzt mal zu Conquest, oder? Aber 21.11. Guck mal, da hab ich noch wenigstens noch mal ne Zweier-Karte. 21.11. Sehr schön, was hast du denn gemacht, ey. Ich hab einfach noch versucht, die Map zu gewinnen. Ich hab doch gesagt, I'm a Sniper! Mann, weißt du, jetzt ist Double XP vorbei, wenn ich drei Medaillen bekomme. Blöde IT... an den zwei hab ich bekommen. Ambrust. Auf geht's. So. Ja, okay, warte, dann geh ich im... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020